Wenig Einsatz, Riesengewinnchance. Was ist denn überhaupt ein sinnvolles Investment? Gehe euch meine zehn wichtigsten Strategien mit? Es geht nur um eins, um Emotionen. Ja, wann soll ich denn überhaupt eine Aktie verkaufen? Die Welt des langfristigen Investierens, des Anlegens. Ich suche mir Spiele raus, die bewiesen haben, dass sie es können. Wenn man schon mal verdient, dann richtig.